Willkommen zum Tutorial zur Kopplung von Comdex mit einem Mobiltelefon über Bluetooth. Dieses Tutorial zeigt die Standardschritte für die Bluetooth-Verbindung mit beliebigen Mobiltelefonen, sowie die Hauptschritte für iPhone und Android-Smartphones mit den neuesten Software-Updates. Befolgen Sie diese Schritte, um im Handumdrehen Verbindung aufzunehmen. Am Ende dieses Tutorials finden Sie weitergehende Hinweise zur Verbindung eines beruflichen und eines privaten Mobiltelefons mit dem Comdex. Weitere Hinweise finden Sie gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. Achten Sie zu Anfang darauf, dass sich das Comdex und das Mobiltelefon innerhalb eines Abstands von einem Meter voneinander befinden. Das Comdex darf während der Verbindungsaufnahme nicht geladen werden. Verbinden Sie jetzt die Nackenschlaufe am Comdex. Es stellt bei offener Nackenschlaufe die Verbindung nicht her. Das Gerät blinkt rot und blau. Achten Sie jetzt darauf, dass Bluetooth am Mobiltelefon aktiviert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, befolgen Sie diese Schritte oder die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons. Bei einem iPhone tippen Sie auf Einstellungen im Home-Bildschirm und wählen Bluetooth. Bei einem Android-Mobiltelefon tippen Sie auf Menü und wählen Einstellungen. Achten Sie darauf, dass Bluetooth aktiviert wird, indem Sie den Schieberegler nach rechts schieben. Das Mobiltelefon sucht nach Bluetooth-Geräten innerhalb der Reichweite und zeigt dann eine Liste der Bluetooth-Geräte. Wählen Sie Comdex aus der Liste. Verbinden Sie nun im Fenster der Bluetooth-Anfrage. Comdex wird verbunden. Die Verbindung geht verloren, wenn die Nackenschlaufe geöffnet wird. Die Kopplung bleibt im Gerät jedoch gespeichert. Das Gerät und das Mobiltelefon stellen die Verbindung wieder her, wenn die Nackenschlaufe wieder geschlossen wird. Weitergehende Funktion Verbindung eines beruflichen und eines privaten Mobiltelefons mit dem Comdex. Bei der erstmaligen Verbindung von Comdex mit einem Mobiltelefon für weitergehende Funktionen befolgen Sie bitte diese Schritte. Schließen Sie zuerst die Nackenschlaufe am Comdex. Das Gerät blinkt rot und blau. An Mobiltelefon 1 wählen Sie Einstellungen, Bluetooth und verbinden mit Comdex wie gezeigt. Bei iOS-Geräten tippen Sie auf das i-Symbol rechts neben dem Namen des Comdex-Geräts in der Liste. Nun wählen Sie dieses Gerät zu ignorieren. Bei Android-Geräten tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol rechts neben dem Namen des Comdex-Geräts. Nun wählen Sie zu ignorieren. Comdex blinkt wieder rot und blau. Nehmen Sie jetzt Mobiltelefon 2, wählen Sie Einstellungen, Bluetooth und verbinden Sie mit Comdex wie gezeigt. Nehmen Sie wieder Mobiltelefon 1 und tippen Sie zur erneuten Verbindung auf den Comdex-Gerätenamen. Hinweise zu weitergehenden Funktionen finden Sie auf www.videx.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.